hey leute schön dass ihr wieder da seid in dieser anleitung zeige ich euch wie ihr den pin sim code ändern könnt oder auch wir diesen deaktivieren könnt damit er nicht mehr abgefragt wird ja um den nun zu ändern oder zu deaktivieren müsst ihr in die einstellung gehen dann geht ihr runter in den punkt sicherheit und standort hier scrollt ihr auch wieder weiter runter bis ihr in den erweiterten bereich kommt und hier habt ihr jetzt den punkt sim kartensperre und hier oben könnt ihr den schieber auf deaktivieren stellen und eben ja das ganze deaktivieren dass die abfrage nicht mehr kommt dazu müsstet ihr jetzt hier noch einmalig euren sim pin eingeben und dann mit ok bestätigen danach wird es dann nicht mehr abgefragt so wenn ihr die nummer ändern wollt dann geht ihr auf den punkt da drunter und hier müsst ihr auch noch mal eure nummer eingeben das bestätigen und dann würde eben ja eine neue nummer festgelegt werden können ich hoffe das video war informativ und hilft euch wenn ja freue ich mich über den daumen nach oben gerne ein abo da lassen bis zum nächsten mal